Hallo, ich bin Kalla und ich bin von Goubeng und wir sind auch dabei beim CSD dieses Jahr, da freuen wir uns ganz furchtbar drüber. Es wird ein besonderer CSD, weil er anders wird. Wir sind im Jahr der Pandemie. Wir werden alle Abstand halten müssen, was wir im Moment ja von vielen Leuten müssen. Deswegen haben wir auch sehr schwere Zeiten hinter uns. Deswegen ist der CSD ganz wichtig und wir können ein sehr deutliches Zeichen setzen. Wir zeigen uns solidarisch, indem wir Abstand halten, indem wir Maske tragen. Es wird keine Party, aber es wird ein deutliches Zeichen. Es wird auch ein politisches Zeichen, dass wir da sind und dass Leute, die sich vielleicht jetzt während der Shutdown zurückgezogen haben, dass die immer noch da sind, dass auf sie gehört werden, dass Möglichkeiten sind, dass sie sichtbar werden. Aber wie gesagt, keine Party, kein Alkohol, Abstand, Maske mit Respekt und Solidarität für alle. Und wir sind dabei. Und die Frage ist, was machst du? Bist du auch dabei? Zeigst du auch die Regenbogenflagge? Wirst du auch, selbst wenn du nicht zur Demonstration kommst, hängt die Regenbogenflagge in die Fenster. Zeigt sie, zeigt euch solidarisch. Zeigt, dass wir alle noch zusammen sind und dass wir solidarisch das alle miteinander schaffen. Bis zum 21. und 22. August. Ich freue mich total auf euch. Seid dabei!